Lieber Siege, was verkocht man? Welche machen wir? Alle können wir nicht machen. Alle können wir nicht machen, aber wir werden natürlich einen einheimischen Fisch nehmen, österreichischen Fisch, da werden wir uns mit dem Saibling, ich glaube das ist eine gute Wahl, ein toller Fisch, mit dem werden wir ein schönes Zaubern. Den Saibling, wenn ich mir den jetzt anschaue, wie erkenne ich eine gute Qualität? Also man erkennt die Qualität des Saiblings an den klaren Augen, an den roten Kiemen, am festen Fleisch, am Schleim. Unsere Fische aus Radlberg sind heute in der Früh noch geschwommen und werden dort noch auftragsbezogen gefangen. Also frischer geht es nicht? Frischer geht es nicht, nein. Na bitte, dann frischer in die Pfanne. Na bitte, werden wir ja schaffen, oder? Wir kochen los, danke an euch. Danke.